Komm her, und jetzt kick mich bitte noch, ob du nicht in Richtung abkommst. Alter, der Alko wird dich grad verhä�n- Alter, der Alko. Do it! Do it! Uiieieie! Nnennennennenneneeee Fuck, Aua. Ich hab grad voll den Salto... Keine Motorräder mehr da... Ähm... Es sind jetzt ein paar, der sieht grad aus... Er scheißt grad grad ein paar aus... Dritt mal! Piu! Ui! oh oder nicht... Da ist noch ein freies! Nicht wegkicken! Bin nur drauf mit, Funja! Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Der Rangdebig, wie das aussieht... Das wäre so ekelhaft, das wäre aus wie so eine Alien-Misskommur. Stell dir mal diese Schwannweite dazwischen vor, alter! Gollum, Gollum, Gollum! Du musst doch auf diese kleinen Beinchen anziehen! Gollum, 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 Gollum! Gollum, wie so ein Hund, was ist das? Gollum, 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 Gollum! Gollum, 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 Gollum! Ey, das ist... das ist ein Dippel. Der Hund, was ist das? Ficken! Ich hab' den? Du musst den einfügen, den ganz normalen. Der hört sich richtig cool an. Aber vernicht den! Egal, würde es sein! Ich hab den da! Jetzt ist der geiler! Gollum! 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 Gollum on the beach! Ich muss mal hinter dich gucken! Wenn das Ego kommt, muss ich wieder mal den Ferk runtergegollt sind! Es wird verrückt! Essen! Alter, dein... dein... Okay! Wow, jetzt bin ich wieder ein Kano! Ich hab eben drei Kano's und einen Rapsor überlebt! Oh fuck! Oh fuck! Jetzt sind wieder drei Kano's! Wie? Ich wollte T-Rex spielen! Hilfe! Stirb! Du warst einfach mal ne Missgeburt! Jenny! Wenn du stirbst, dann bleib mal kurz tot! Ich tu dir den T-Rex für dich! Wenn ich Sinn kriege! Jenny, sterb und dann halt dich bereit! Ja, ich bin tot! Bleib tot! Ich muss nur zu ihm kommen! Ich bin tot! Ey, wenn mich nicht die ganze Zeit 100 Kano's umreden! Da steht halt, dass T-Rex viable ist! Aber ich kann halt nicht draufdrücken! Ja, der T-Rex frisst gerade aufm Port! Ich will ihn töten! Ich will sehen, wie du aussiehst! Immer nur! Und zu spät! Was zur Hölle bin ich denn jetzt schon wieder?! Alter! Ich bin gerade ein Kano mit dem komischen grünen T-Rex-Skin! Ah! Der grüner T-Rex-Skin? Ja, mit dem grünen! Und das sieht verdammt merkwürdig aus! Du hast wahrscheinlich die Haut vom Data-Kano! Wo seid denn ihr? Dann komm ich mal zu euch! Hä? Ne, das ist der Alligator-Rex! Ah, ne! Hä? Was bist du denn jetzt? LOLL! Ja, irgendwie wie ein Kano und irgendwie T-Rex-Gleichen! Ich hab sie getildet! What the fuck? Wie du aussiehst! Was bist du? Alter, voll die Missgeburt! Ich schaute noch nicht einmal auf! LOL, der Fuß! Alter, ich bin's schon wieder! Oh! Ich hab gerade gewischt! Ja, dann wird das die ganze Runde wohl so sein! Bleib mal kurz so! Ich muss dich angucken, Jenny! Wo bist du? Du hast'n Schiff! Du hast'n fucking Fuß auf deinem Hals! What?! Ich seh' hier! Vor dem Schiffeingang! Wenn ich zu dir komme, Leben! Oh mein Gott, ich seh' dich! Was bist du?! Oh mein Gott! Da hinten! Ja! Da hinten! Ich seh' dich! Nein! Komm hierher! Hier! Wo denn?! Das, was gerade eben angekauft wurde! Oh! Das ist voll cool! Was hast du da für'n Skin drin? Du hast'n Fuß auf deinem Hals! Ich schau' auch! Oh! Der hat, der hat, die hat ne fucking Lippe auf'm Rücken! Sie hat... Sie hat'n fucking Fuß auf dem Hals! Ich meine, Hunger auf dem Rücken! Sie ist ne Missgeburt! Okay, ich geb's auf! Ich glaub' das wird nix mehr mit T-Rex! Autsch! Ja, Gott! Der hat nicht mehr so direkt sein können! Ey, was hat der für'n Kopf? Ja, ich hab' die ganze Zeit aufgeklickt! Aber irgendwie hat's halt nicht verpackt! Den Akro hat er als Kopf! Ich hab' den Kopf, weißt du? Der Rest ist Kahn und der Kopf ist, äh, ne Missgeburt! Da schreit was? Oh, ich wollt' gar nicht! Ich hab' grad ausgesehen wie geteabagt, das war aber aus Versehen! Naja, wenn's aus Versehen ist, passiert's! Naja, ich hab' ausgesehen dauerhaft auf X gedrückt gerade! Ne, die Runde macht keinen Spaß! Ich bin 18 Mal gestorben! Ich bin 18 Mal gestorben! Weil du was Verkrüppeltes bist! Nein, weil ich 18 Mal gestorben bin, ja! Aua! Kann jemand den T-Rex töten? Der muss erst mal zu kommen, damit wir ihn töten! Der versteckt sich! Obwohl er hier eigentlich der Tank ist, ne? Ne, der ist hier bei uns! Gerade! Wo ist er? Da! Wart noch! Ei, 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 ei! Juhuhu, du bist jetzt wieder Rapport! Ja! Okay, der T-Rex ist tot! Jetzt könntest du! Ja, aber jetzt leb' ich auch nicht mehr! Ja, dann! Äh, ich bin noch am Leben! Hä? Ja! Ja! Ich bin da einfach wahre Mal gestorben! Ich bin da einfach rumgepackt! Das war ja nicht mehr normal! Lea! Ja? Du bist schön! Komm her! Oh, was hattest du? Hallo! Oh! So nice! Hier ist ne... Mein Gott! Ich kann nicht pounce! So, wie hieß der Server? Ah, da! Ich... The players! Ja, hab's! Nein, ich hab'n Netz! Ah! Netz, Netz, Netz! Daaaah! 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 Geh ab! Nice! Ich bin glaub ich bei euch! Bin ich bei euch! Äh, ja! Ja, ich bin bei euch! Yay! Komm zu uns! Wir sind vorne aufm Schiff! Dann kannst du meine wunderschöne... Meine wunderschöne Kreation anschauen! Gell, das ist mittlerweile schon der dritte Legendary Skin, den ich ins Spiel bringe! Ja! Der rote? Nein, der T-Rex! Ja, der rote T-Rex! Hä? Ich bin grün! Ey, bei mir bist du rot! Hä? Ich meins End, bei mir bist du rot! Ich bin... Nein! Ich sterbe! Nein, 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 nein! Ich will nicht sterben! Ah! Sieht bei mir aus wie der Standard-T-Rex! Ah! 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 Sicher? Ja, und Jasmin sieht bei mir aus wie der Standard-Raptor! Nice! Dann stimmt bei dir was nicht! Erst hast du das ganze Spiel nochmal neu zu haben! Grip! Na, ich bin froh, dass es grad läuft! Okay! Scheiß drauf! Dann haben wir halt alle dieselben Skins! Ja, irgendwie laufen grad... Nein, okay, doch nicht! Alle, fast alle laufen grad in Standard-Raptor! Bin ich jetzt bei dir der Normale? Was? Was, was? Ja, jetzt hast du ein schwarz-weiß! Ja, perfekt! Dann musst du einmal sterben, Lea! Ich will aber nicht sterben! You must! Ich bin nur so perfekt! Ich bin so wunderschön! Pass auf, da sind auf dem Schiff richtig viele, äh, gemeldet! Oh, warte! Ich bin so wunderschön! Ich bin so wunderschön! Ich bin so wunderschön! Und es ist auch verboten, das zu nutzen während dem Team-Desmatch! Alter, sind das viele Kommandos! Jaaaa! Oder mal sauviele! Okay, burn ist es nicht, es ist wirklich Consta gewesen! Okay, jetzt bin ich in Dillon, was mach ich jetzt? Nein, wenn er Stanzes nochmal macht, dann kicke ich sie! Am besten die Menschen umgehen! Ich krampel! Aua! RIP! Wann kann ich mich denn wieder krampeln? Was soll in der Zeit? Okay! Der macht gleich ein Rock aus! Hey, wer hat meinen Tiran genommen? Die kleinen Kack-Facken haben meinen Tyrant genommen! Ach, sick! Niemand tötet Tiba! Seeger-Grand Tyrant! So, hier bin ich jetzt und... Okay, komm mit! Jetzt! Nein, fuck it! Dackelst du da rein! Und guckst dich mal da drin um! Ich will meinen Tyrant haben! Ähm... Ja? Dieser Kano da! Ja, ich seh's! WTF? Nee, ich hab was umgebracht! Hallo! Nice! Kannst du auch spucken mit rechts, das macht Spaß! Ja, ich weiß! Help me! Ich bin meine Tyrant! Okay, ich bin tot! Du musst irgendwie den Ding ins... Siehst du den Kano da? Sicher? Kano? Hahahaha! Äh... Er fällt und er ist gleich tot, wenn er nochmal move! Ja! Kannst du ihn teleporten, das? Nein, kann ich nicht! Oh... Hi! Hi! Oder... Ja! Wie viele Kommandos! WTF, das ganze Schiff ist voller Kommandos! WTF! Ich wollte jetzt was böses sagen zu den Kommandos, aber ich lass es mal lieber! Was denn? Äh... Ne, das Wort will ich nicht in der Aufnahme sagen, hätte ich gesagt! Ach so, du nimmst auf! Ja... Ich hab' dir was sagen sollen! Nö! So, und jetzt stirb du kackst, Dino! Ich will meinen... Äh! Ich will meinen Tyrant wieder! Okay, ich protecte ihn jetzt extra! Als wäre ich nicht der höchste Tyrant von uns allen! Warte mal, von uns allen? Bitte? Ja, von denen die gerade rumlaufen! Läuft ja nur einer rum! Äh, ja, genau! Meins! Die klauen meine Kills! Warte, guck! Ich bin tot! Ich hab' ihn gekillt! Ich habe ihn gekillt! Ich bin tot! Ich bin tot! Ach, gemein! Geh immerhin und Tyrant! Warte! Jaa! Oh nein! Nicht Kasemann! Oh mein Gott, dammit! Nicht Kasemann! Please! Bitte lass die in unser Team! In unser Team! Hey, bitte, bitte, bitte! Alter, hier ist noch so... Oh Gott, Kazemann ist feindlich. Ich hab Kazemann getötet. Warum kann ich... Kann... Ja, warum kann ich das? Sind hier manche Leute berühmt auf den Servern, oder was? Äh, ja. Kazemann, das ist ziemlich gut. Oh. Fuck! Und Kazemann hat mich getötet! Verdient! Ah, es sind immer noch! Ja, okay, guck mal! Ja, der sieht voll geil, der sieht aus wie so'n Kürbis. Ich fühl den geil. Seidah, ich... Hol ihn dir! No, hol ihn dir! Ich lenke ihn ab! Ey. Nein! Kazemann, lass mich! Ich will nicht sterben! Du musst essen, 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 essen... Ja, ich auch! Oh, da ist schon wieder der Delo... Äh, der Kryo. Ich versuch' mir jetzt Kazemann zu holen. Warte, ich komme! Mal gucken, ob ich's überlebe! Ah! Yes! Ich bin gleich tot! Hilfe! Gaffi! Ich bin gleich tot! Gaffi! 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 Alter! Huiiii! Könne Energie... Jetzt campen die da am Essen oder was? Ja, genau. Das will ich denen jetzt grade damit. Oh, das kann schon wieder nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das sieht ja voll cool aus! Bist du jetzt ein Kano-Schwino, whatever? Ja! Ich hab den Stand vollgeben und das sieht total cool aus! Ja, sieh, guck es dir an! Oh Kano, rennen! Du sollst rennen! Würde ich ganz gern! Ich seh dich, ich komm zu dir! Warte! Wenn ich nicht aufhören bin zu rennen die ganze Zeit! Oh, das sieht echt nice aus! Ich glaub ich mach da so ein Spin von, das sieht richtig cool aus! Bis auf, dass das Auge irgendwo am Hals ist oder so! Obwohl bei dem Spinner ist das Auge das geilste ever! Bei dem Orangene, das sieht so krass aus das Auge! Hab ich den T-Rex fixiert? Der Sakura-Dingens, der ist in meiner... Ich weiß nicht, warum er manchmal so komisch schreibt, aber... Es ist nur sie! Und keiner Ahnung wie alt! No hello for me! Ja, wen interessiert's? Hi! Oh! Weißt du, ich komm als letztes und krieg den Kill! Jenny ist so ruhig, was ist los? Na ne ne, ich versuch nur... ... zu konzentrieren! Ich hab ne Zunge auf meiner Nase! ... Oh... ... zack auf dem! ... ... Ey, ich glaub ich mach mich an so nem skinn, das sieht voll geil aus. Mit dem Dingens, mit unsern Dessert. Achja, stimmt, den muss ich noch uploaden. Guck, dass du mich dran erinnerst, ich muss nur die Federn irgendwie neu machen. Hat man noch nicht gerafft, wie man seine eigenen Skins machen kann. Das, äh, wie lange spielst du das Spiel jetzt schon? Einen Tag! Nein, es ist nur wichtig, was im Steam bei dir steht. Seid Spaß! Eigene Skins machen, das ist ne Scheiß-Arbeit. Nein! Aber ey, ohne Scheiß, ich glaub ich mach den genauso fast. Ich hock mich da gleich mal dran. Und dann schick ich das meinem Partner, der macht den dann. Aber nicht jetzt! Jetzt ist das beim Spielen! Ich hab übrigens, ich hab die Augen, hab ich auf dem Hals. Ja, hab ich gesehen, aber ich find bei dem Spino das Auge mega geil. Ja, weil, äh, das so klein ist, gell? Also, beziehungsweise, weil es nur so ein kleiner, leuchtender Punkt ist. Es sieht mega cool gegrabt aus, also von der Quali her. Ja, ja, schön ins Rakete schießen, ist klar. Ey, ich hab viel getroffen! Schon wieder! Äh, der, der nur Punkt I macht übrigens auch extra Suicide. Äh? Ja, der ist grad ins Wasser geschwungen mit Absicht. Ja, ich hab die Ja, ich hab meine Meinung. Ja, ich hab meine Meinung. Ja, ich hab mein Kroger. Okay. Runde vorbei. Oh mein Gott. Ich hab mich super besser nach Ewigkeiten. Luft holen.